Die ganze Zeit mehr... mehr VOTE. Will ich aber nicht. Gibt es in dem Spiel Assoir de Rome sowie CD-ROM? Warte, Rome. Gibt es auch nicht, okay. Ist nur fair, wenn es Paris schon nicht gegeben hat. Rome gibt es auch nicht. Remove. Vor allem, weil es auch fast da steht wieder mal und ich sehe es nicht. Remove. Okay, das war jetzt, weil das Oda wieder reingeholt ist. So. So. Wenn ich das weg tu, dann geht es wieder nach unten, oder? Ne, nicht mal, aber wenn wir Move machen... Danke Esther übrigens. So, und was hat... Ah, okay, jetzt ist das Kitter offen. Gut. Jetzt laden wir die ganzen O's auf. Oooooooohhhhhh. So, nächstes Tor geht auf. Den können wir nix machen, oder? Boah. Das ist Munition. Ja, meistens ist man beim Zuschauen halt doch ein bisschen klarer im Kopf, äh, ich meine, es ist jetzt nicht unbedingt schwer, klarer im Kopf zu sein als ich, dass vielleicht die ganze Munition aus ist. Aber damit können wir das da, das schießen vielleicht, ab, oder auch nicht, ich denke, dass wir vielleicht kaputt da durch, krass da ist ja nach unten. Das ist mal ganz unten. Schau mal, was da hinten so ist, was ich abschießen könnte, vielleicht kommt auch gleich ein Gegner. Ja, das sieht aus wie eine Pfand aus dem gleichen Gegner entsteht. Fallen. Lie. Nein. Du stabilier halt gleich Cake. So, und hier haben wir das. God Death. Fuck. Was für ne Musik spielst du hier? Ich spiel die Musik. Da. Ah, du willst mehr, okay. Da. Kopf dir alle Löcher. Und dann pfeifst du aus dem letzten Loch. Wie passend in dem Spiel einen Bösewicht mit Wortspielen zu schlagen. Haha. Irgendwie war das überhaupt nicht bedrohlich. So, Leih. Machst du, wohin gehst du. Clever. Ich glaube nicht, dass ich den Sprung da schaffe, oder? Nope. Stopf sie ordentlich. Ja. Entweder voll oder gar nicht. Sag ich immer. Open. Oh Gott, der hat's absorbiert. Close. Ich frage mich grad. Woher kam das S? Und das C? He. Das hat er einfach umformiert anscheinend. Und was haben wir hier? Oh, schönes. Lie. Yes. Hast du jetzt eine Note draus? Okay. Lie. Ah, okay. Weil es eine Lie ist, macht jetzt immer das Gegenteil draus anscheinend. Ich frag mich, was können wir denn aus dem Wort jetzt machen, was uns hier weiterhelfen könnte? Zeig. Ich hab schon lang keine Quotation Marks mehr gefunden. Ich glaub, das ändert sich jetzt, weil hier gibt's wieder zwei Pfade. Ja, genau. Schauen wir mal, ob wir was verpasst haben. Propaganda driven by lie and distorted truths. The salvation of the ignorant. The geowal. The books are fed to the flames. Oh, nee. Wir haben nichts verpasst. Wir haben bis jetzt echt nur eines verpasst. Das war wahrscheinlich so offensichtlich, dass ich mich richtig ärgern werde, wenn ich das irgendwann noch suche. Ich hoffe, man kann einzelne Kapitel laden, weil ich glaub nicht, dass ich nochmal Bock habe, bis zu der Stelle wieder zu spielen. Darauf kann ich nicht, ne? Nee. Sieht nicht so aus. Und so zwei Quotation Marks so nah beieinander wäre auch ein bisschen komisch. Robust. Ja, das kennen wir schon. Wird sicher wieder zu Rust, oder? Alter, ihr könnt nicht denselben Witz zweimal bringen. Lie. Was wird aus Revolt? Tötest du uns eigentlich? Nee, okay. Du bist zu schwach, um uns zu töten. Los. Du hast lost an Wind. Wieder sterbe ich, schätze ich mal. Was soll? Wo soll's? Außen? Ich brauche ihn nur, um da raufzukommen. Ich brauche ihn nur, um da raufzukommen. Okay, ja. Okay. Okay. Wenn du jetzt aus Lost Wind machst, oder was anderes, was uns vielleicht weiterhelfen könnte, in diesem Fall. Gain. Na, okay, ja. So. Und aus dem Wort, da brauchen wir jetzt das R von oben, da können wir Rain machen und damit das Feuer, das uns da den Weg versperrt, löschen. So. Manchmal schalte ich ja doch nicht so wie bei Split, wo ich ewig brauche. Oder bei Remove. Vielleicht liegt das auch daran, dass das Rain, das will ich noch machen, das Wort. Machen wir Rain. Können wir da jetzt dann einfach durchgehen? Oder brauchen wir noch... Okay, ja. Gut. Dann einfach so. So. Use. Part. Part. Das wäre vielleicht auch gegangen, oder? Statt Split Part. Also so. Hatten wir da die Buchstaben dafür? Ich weiß es nicht mehr. Das Spiel hat mich voll verarscht. Oh shit. Das ist gerade... Also das hat gerade noch geleuchtet. Ah, okay. Spart. Das ist Sparta. Oh shit. Nee. Das wird dadurch kaputt. Wenn ich das rüber werfe, passiert dann irgendwas. Oh shit. Okay. Okay. Es hört auf zu fliegen da. Also ich kann es nicht einfach rüber werfen. Oder? Nee. Das hört immer da auf zum fliegen. Ich wollte es nur probieren. Das Trap. Da hatten wir da hinten noch ein Wort. Ich. Ich. Oder? Nee. Hätte das sein können. So. Was machen wir mit diesen einen S, was wir haben? Crap. Ah. So muss... So muss das. Ich muss es nur genau da hin platzieren, dass es dann Strap macht und dann ein anderes Wort ist. So. Ah, okay. Es bindet das sogar ein, weil es ein Strap ist. Okay. Cool. Wow. Das Wort gefällt mir aber nicht. Achso. Okay. Das V ist eingegraben. Ich meine, aus den paar Buchstaben können wir ja nichts anderes machen. Außer natürlich das offensichtliche Lie. Aber die helfen uns ja sowieso. Liar. Die helfen uns ja sowieso eigentlich mehr. Life or shit. Da sollte ich das Li nicht rein locken, weil wir wissen ja, was passiert, wenn da Death steht. Mal nur zuerst, was da unten ist. Oh no. Okay. Da kommen wir auf jeden Fall nicht durch, ohne irgendwas anderes zu haben. Wir brauchen nämlich Life, oder? Ne, warte mal. Oh, Evil. Nicht Life, sondern Live heißt das eigentlich. Richtig, ich könnte da Live draus machen. Evil. 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 Was ist, wenn wir das Li doch... Evil. Achso, warte mal, dann wird aus Evil nämlich Good. Also müssen wir es doch da rein schubsen. So. Und dann können wir durch die Spritzen durchrunden. So. Lauf, kleine Lüge. Versteht ihr? Lügen haben kurze Beine. So, für was ist das er da? Können wir nicht mitnehmen. Oder? 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 Door. Können wir draus machen. Aber ich weiß nicht, ob das das Richtige ist. Aber wenn wir... Also... Wenn wir daraus... Door machen... Oh ne, ich brauch die Buchstaben doch noch. Weil ich glaube, das ist der Weg, wo wir hin müssen. Und das sieht nämlich eher nach optional aus. Oder ist es das? Schau mal. Ne, da kommen wir dann nicht mehr zurück. Okay. Shit, ich komm. Fuck. Jetzt muss ich alles nochmal machen. Oh Gott, no. Beweg dich. So. Und mit dem Good. Gehen wir jetzt da unten durch. Und da rollen die Buchstaben. Uh. Da fallen sie runter. Da kann ich die alle rüber werfen. Ne, das dauert ja viel zu lange, oder? Ich meine, es würde sich ausgehen, wenn ich mich nicht so anstellen würde. Bei Good haben wir gesehen, da werden die Buchstaben dann klebrig. So, warum? Ich glaube, es ist vernünftiger, wenn wir das so probieren. So. Ah, fuck. Moment. Kann da gar nicht runterfallen? Bitte, da fallen die Buchstaben mal runter. Versuche ich jetzt mal drüber zu schieben. Ich meine, das sieht doch wie eine Schlucht aus, oder? Okay. Ich muss jetzt runterfallen, dann fühle ich mich aber auch wieder verarscht. Gut. Okay. 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 Man kann einfach drüber. Cool. Ich habe mir umsonst Mühe gemacht. Von Quotation Mark. Und zwar nicht das Festival. So. Und zwar nicht das Festival. So. ein Piece. Ich mache eine Tür. Komm schon, du schaffst das. Oh shit. Ich habe den Erkopf losgelassen. Ich habe den Erkopf losgelassen. Und zwar nicht das Festival. Ich habe den Erkopf losgelassen. Ich habe den Erkopf losgelassen. Losgelassen. Ich habe den Erkopf losgelassen. Ich habe den Erkopf losgelassen. Wenn ich hier nicht verscht habe. Nein. Die Erkopf am 10.000 Uhr für Schmassen. Ich habe den Erkopf losgelassen. Ich habe den Erkopf losgelassen. Bis zum nächsten Mal.